Der жить. Eisen Mittig... Ne, das müssten eigentlich Cobblestone sein. Da, 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 Minecraft Piston. Googlen wir mal. Ach so meinst du das? Das ist okay, alles klar, ich habe es falsch gemacht, sorry. Mein Fehler. Nicht verzagen, Tommy fragen. Oh, Redstone haben wir auch hier ohne Ende, ey. Weil es wird, ich habe nur unten links und unten rechts Cobblestone gemacht, gehört aber auch noch in die Mitte oben also hin, ne? Also im Endeffekt musst du die ganze Kacke hier ausfüllen. Ach, fuck doch, die Bitch. Äh. Eisen, Redstone. Ja, 32 Pissens sollten reichen. So, das kommt da rein, das kommt da rein, das tun wir auch mal da rein, das auch, das auch, das auch. Redstone Torches. Ah, wie macht man nochmal diese, die macht man glaube ich mit gebrannten Stein, also mit normalen Stein. Diese komischen Redstone Repeater. Äh, fragen wir Google. Boom. Äh, nicht gut. Lava, lava, lava. Ja, so. Okay. So, ich sollte vielleicht aber mal gucken, dass ich den Weg zurück wieder finde. Oh, wie gut, dass wir ein bisschen was an Redstone haben, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Äh, ich habe gerade zwei Stacks voll hier bei mir. Ich muss nur den Weg zurück finden, das ist das größte Problem. Weil das, ooooh, das, ah, hier, geht's ja komplett hoch. Back. Back. Ich würde mich mal hinsetzen und würde, äh, mal so eine Art Holzfarm bauen. Holzfarm? Ja, wo wir einfach, wo wir einfach ein Feld voll mit Holz haben. Äh, um uns rum sind Matz, ich brauche immer, aber das kannst du tun. Ja, ja. Weil ich würde ein paar Kisten basteln, dann können wir das Lager mal ein bisschen größer ausbauen. Ja, das haben wir auf jeden Fall noch vor. Und zwar hatte ich eh gedacht, wir haben ja da hinten unser Haus, dass wir irgendwie hier einen Unterjährchen Gang dazu hin machen, also einen Kellergang dahin. Ist das nicht hier Cobblestone? Wenn ich da jetzt falsch, oder ist das hier Cobblestone? Ah, okay. Falsch einsortiert. Ja, das hier ist, äh, Theoret. Ja, ich... Haben wir eigentlich schon so eine Art... Ähm... Furnace irgendwo? Ja, über der Tür. Im Lager. Über der Tür hängen vier Stück, glaube ich. Hm, okay. Das mag ich irgendwie nicht. Was magst du nicht? Ähm... Würde da eigentlich lieber das... Würde das so basteln, dass wir da unten drunter... Ähm... Ja, wie heißt... Diese Trichter haben. Dass gleich in die Kisten reinkommt. Boah, wie bequem er es haben will. Natürlich. Ja, dann mach. Bin grad dabei. Ich hab schon den ersten Hopper. Darf ich das Lager ausbauen? Ja, ja, klar. Oh, bitte was ist dagegen. Okay. Oh nein. Halt, hier geblieben. Was sagst du? Wenn du nicht gleich wieder aufhörst, dann hier. Stimmt, das letzte Lager wolltest du auch irgendwie ausbauen und warst halt irgendwie. So hatte ich das, glaube ich. Aber dann lief da... Sag mal, Tom, weißt du noch, wie ich das mit dieser scheiß Farm gemacht hatte? Hast du den Spiegelstand noch? Okay. Aber dazu müsste ich die Aufnahme unterbrechen, das wäre kacke. Weil das funktioniert so nicht mit den halben Platten, wie ich es da hatte. Irgendwas ist falsch an dieser Farm. Als Nerd würde ich jetzt sagen, das ist ein Schicht-Acht-Problem. What? Verstehst du den? Negativ. Ich verstehe ihn nicht. Ah, das ist ein Insider. Jaja, das ist mich schon... Ha, ich hab's. Alles cool. Alles cool. Ja, ja, geht mir genauso. Jetzt klärt mich mal auf mit eurem Schicht... Und die Zuschauer, die müsst ihr auch aufklären. Was ist ein Schicht-Acht-Problem? Du hast halt im Endeffekt... Das ist so ein Netzwerk... Wie du die Netzwerke beschreibst. Da fängst du halt von der Schicht 1 an, das ist dann das Physikalische, das Kabel. Und Schicht 7 ist dann halt die Anwendung. Und Schicht 8 ist halt der Anwender. So, und dann sagst du halt... Wenn es ein Schicht-Acht-Problem ist, dann liegt es halt am Nutzer. Also ein Anwender-Problem. Richtig. Ja, wie zu 99% der Fälle. Oh, könnt ihr denn noch Steine brennen? Ich baue jetzt erstmal kurz hier das Lager ein bisschen größer. Weil ich weiß noch nicht... Es gefällt mir nicht. Danke. Erstmal Farm verschönern hier. Bevor wir ins Technische gehen, machen wir den Shit erstmal schön. Bullshit. Einmal bitte schlafen legen. Ah, jetzt. Danke. Puh, das ist einfach ein langer Pen, ey. Danke. Ja, ist ja egal. Hauptsache Penz, weil damit umgehen wir diese Scheiß-Monster. Da habe ich jetzt extremst gar keinen Bock drauf. Oh. Oh. Ups, Entschuldigung, ich licht gerade ausgemacht. Oh. 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 da ist auch kohle drin bitte was ich habe gott versucht zu verstehen wie ihr das alles sortiert habt du kannst es auch selbst neu sortieren ja schon klar hauptsache du machst das wieder mit item frames weil das fand ich irgendwie geiler wie mit schildern dass du da drauf schreibt die kabel stone und da deine mutter und so ein scheiß ja ja schon klar dass ich auch vor ihr habt ihr ohne ende von daher ist es ja kein problem die zu bauen so wie er da war come back so ja jetzt brauche ich halt gebrannten stone hast du eigentlich jedes mal intro wieder davor gemacht nene ja ja da sieht man dass ich die folge nicht angeguckt habe ach da ist ja genug in der kiste alter ja ich wusste nicht dass so viel da ist aber ist egal gebrannten stein kann man immer gebrauchen weil da sieht also den stein den wir daraus verkraften können zehnmal schöner aus wie kabel stone wo hast du den verzauberstisch der steht liegt in der kiste und trainer tür rein rechts in der kiste auch so in der kraftkiste ja in der scrapkiste im lager das war jetzt gerade doof warum wollte eigentlich nicht was anderes machen warum warum wo achievements heiße angelegenheit warum kann ich nicht verzaubern weiß ich nicht ach so verstehe ich schon das ist kein lapis ja irgendwie ist bei mir ein texture pack ist halt nur ein feld da war ich verwirrt wieso was für zauberste steht es heißt ja das ist wissen ihr über man kann es jetzt das Hoje jetzt das Zwei, drei. So. Hast du eigentlich mal Tago gefragt gehabt wegen Spielen? Ne, hatte ich auch nicht gesehen. So. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Das letzte Mal hatte ich das so gemacht, dass die Dinger oben rausgekocht haben, wahr? Resen. Resen. Das ist doch gut, dass wir so viel gebrannt haben. Ich brauche doch noch ein bisschen. Sehr wahrscheinlich. Und zwar. Oh ja, ist die noch da. Müsste das eins runterlaufen? Ja, ich hatte gefragt, um nachzugucken, aber ich selbst kann ja nicht nachgucken. Aber das hättest du vielleicht im Notfall machen können mit Screenshot und dann schicken per WhatsApp oder so. Aber ich glaube, ich habe es. Ne, ne, ich habe es bei der Farm. Wenn, das wird probiert so lange, bis es funzt. So, da sind wir eigentlich mit dem Folgen so weit voraus, dass ich ihn nicht selbst schicken kann. Und er brechen muss, sondern dass ich die wahrscheinlich ab Sonntag selber teilen kann. Das sollte so klappen, ja. Okay, dann gucke ich jetzt nicht mehr auf die Uhr, weil das geht mir auf die Eier. Also, jetzt brauchen wir da Dirt. Ne, das ist ja Quatsch. Habe ich noch Redstone-Fackeln? Ne, aber die könnte ich selber machen. Redstone habe ich dabei. War nur ein Eisen-Pick jetzt mit Effektion 2 schon echt geil. Wo ist denn jetzt? Rückt. Komm, ich verballer wieder an dein ganzes Eisen. Posten! Wir haben doch genug. Manchmal ist allgemein. Ach, warte mal, ich bin so doof. Check. Positiv, oder wie war das? Ja, ja, deswegen check. So, einmal. So, eine Redstone-Fackel hätte ich ganz gerne. Habe, hatte nicht deine Schwester auch Minecraft mitgespielt? Ja, genau, wo Minecraft gespielt, ne? Stimmt, das ist aber ewig keinen Herr. Das war doch unser Baumhaus, ne? Ja. Das war ja klar, dass das nicht funktioniert. Fuck it! Ich war mein Kurzzeitgedächtnis, wa? Ja. Wie hab ich das denn damals gemacht? Weiß ich nicht. Hab ich das so gemacht? Wird alleine gebaut. Ja, ich weiß. Ich hab da auch Ewigkeiten dran gebaut. Ja, es wird schon wieder Nacht. Es geht mir auch auf den Sack, dass sie das kürzer gemacht haben. Die haben die Tage auf jeden Fall kürzer gemacht. Bitte einmal schlafen gehen. Das hat ja geklappt. Mhm. Hab ich das so gemacht gehabt damals? Weg, 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 weg. Sollte ich denn jetzt gucken? Ja, das wird sich schwer. Das hat ja erst mal gegrittelt. Sollte ich denn jetzt sprechen? Sollte ich denn jetzt machen? Das ist schon soальная, aber... Ich weiß nicht, wenn ich mir einfache was. Ich weiß nicht, wenn ich mir vor. Ich weiß nicht, wenn ich mit euch noch nicht verliegen würde. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn ich hierkeiss finde, Ich weiß nicht, dass ich mir mache, dass ich mir macht wurde. Es sage nicht so schnell. Ich weiß nicht, aber wir lassen können. Ich weiß nicht, es gibt es weiter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. so schönes anders aber es ist effekt effizient das ist schon mal etwas geht das auch wenn man da redstone drunter legt natürlich nicht aber eine redstone torch kann ich drunter tun ist verdreht oder was warum geht das nicht denn das ist doch kacke könntest du minecraft ein zweites mal starten und auf den server gehen und mir ein bild machen ja das oder so ist mir wurscht aber du musst ja eh andere version nehmen und mir ein bild davon schicken wie ich die schaltung gemacht habe mit den klätzen ich kann jetzt mal gucken kommen ich weiß nicht mal wie ich das gemacht habe weil ich weiß dass auf jeden fall also ich weiß dass es schon mal so ist ich weiß halt nur nicht wie ich die redstone schaltung gemacht habe weil wenn ich das nämlich hatte ich baue schon mal ein beispiel auf nämlich so mache kann ich kein block drüber bauen beziehungsweise dann ist es zu hoch und ich weiß nicht ob ich eine fackel überall drunter gestellt habe und die dann ich habe echt keine ahnung mehr ich weiß nicht abgucken oder so stein ja na klar wie bei der alten farm bei mir vor allem das ist krass ach so das sind halbe stein slabs halt weil ich weiß wenn ich eine fackel ich habe leider nur eine drunter macht geht es ja hoch ja ja aber ich bin der meinung dass ich das irgendwie so gemacht habe aber das problem ist dass es nicht geht so weil wenn es ja hier oben ist musst du dir ja vorstellen ist ja eigentlich auch hier hier wasser und damit es dann runter geht dass das wasser abfließt hast du ein bisschen stop stop für ja hier wird so und 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 ja so fackeln musste ich ja selber machen ich habe nämlich nur eine ich habe ein paar sticks ja was man geben und mir ist so zendet eigentlich weil sie so ist ja ne ich meine ich habe das so gemacht und dann hast du sag mal den label hier ne die fackel brauchst du ja dann nicht du musst doch den umschalten dass der wenn du den signal gibt dass er dann zurückschaltet ich sehe gerade ich habe auch bullshit gebaut ja ne ich weiß es nicht ja das wäre ganz gut wenn du es dir mal anguckt weil ich bin auch der meinung dass ich die pistons an der stelle wo jetzt hier die steine sind gemacht habe weil das ist nämlich ein block zu viel fürs fließende wasser habe ich auch ja 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 ne ich weiß jetzt wie alles klar mir fällt gerade so ein bisschen ein glaube ich habe hier bullshit gemacht und zwar jetzt funktioniert so 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 und dann kannst du nämlich so 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 machen und dann kannst du den scheiß nämlich zubauen und dann so 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 redstone brauchst du eigentlich nicht jetzt nur jetzt zum test so und dann kannst du denkst du hier nehm ich ach so weil du musst jedenfalls einen tastwerter dann mit dem taster dem kurzes signal gibst dann ne genau genau du musst nur verstärken mit dem repeater und so habe ich das glaube ich gemacht aber das problem ist ich kann trotzdem ich kann zwar das hier zubauen aber wo kommt das wasser dann her weil wenn ich das hier zu bau weil der block hier ist ja normalerweise das wasser aber so hatte ich das oder oder hattest du hier noch kies gehabt irgendwie dass du die mit kies geblockt hast irgendwie ne ne ich weiß dass diese hässlichen dinger zu sehen waren achja wäre mal ganz gut wenn du nachguckst ich hier mache gut danke in der zeit gehe ich mir mal noch ein bisschen fleischbraten und mann tommy spektaten was der da so verzapft sieht ganz cool aus ja denk dran die decke muss genau so sein wie sie vorher auch war dicke gar nicht geändert ach so naja du brauchst ja noch dazu ja das ist richtig ja mir ist erstmal wichtig dass es läuft dass wir zum beispiel die ärzte nur noch in die kiste schieben und der macht der praktisch dann alles dann in die kiste für den gütz ja dabei ja 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 Oh ja, das Hühner habe ich nicht gehört. Oh, jetzt habe ich mich voll zugebaut, ey. Was wird denn das? Du packst hier die Kohle rein, hier die ganzen Erze, und dann wird alles direkt hier in die Kiste reingepackt, wenn das fertig gekocht ist. Okay, dann bau du mal Fettig. Bin mal gespannt, wie das dann hinterher aussieht. Warum baue ich eigentlich ein Furnace? Was sind die Verzauberungskacke aufgebaut? Dahin, da in der Ecke, da. Ach da. Ich weiß noch, welche Vision das war. Noch 1, 10, 4 oder sowas gewesen sein, ne? Oder 1, 10, 2 oder so. Wenn du den Server anmachst, und mit der Version zum Beispiel versuchst zu connecten, Du musst das ja durch Anzeigen, ne? Zeigt das dir an, welche Version das ist, genau. Ich bin gespannt, wie das... Ja, sehr cool. Genauso wollte ich es haben. Und...